ja servus und hallo zusammen willkommen zurück zum motorsport manager hier mit archer bmr in der world motorsport championship ja in zehn tagen ist schon das nächste rennen es geht nach tondela es geht nach portugal rennen nummer vier im rennkalender heimrennen für unseren raphael rodriguez der beim letzten mal in china den dritten platz eingefahren hat und die chica balka sei es ja als sechste ins ziel gekommen die der wechsler immer noch in führung in der fahrer wm wir sind auf platz 2 zurückgefallen in der teamwertung aber ich glaube das war auch nie unser anspruch hier weltmeister zu werden das als aufsteiger also sehr unrealistisch ich denke wir sind mit 80 punkten schon mal sehr gut platziert dafür dass erst drei rennen gefahren sind und ja wir sollten uns vielleicht mal überlegen wo wir uns denn so gegen ende der saison sehen also ich würde mal sagen wenn ich mir das so anschaue ja unter den top 5 wäre natürlich ein absolut geiles ergebnis aber mein panther ist ziemlich stark winzer ist auch stark steinmann ist sowieso stark also die wir auf jeden fall noch vorbeiziehen von dort ist auch gut möglich dass die noch vorbeiziehen aber das wäre mal so mein ziel mal so die top 5 im auge behalten so ist vielleicht ein bisschen ehrgeizig aber na man muss sich ja immer sportliche ziele setzen ok also in portugal wird benötigt ein motor ist nützlich und kritische komponenten sind getriebe und der frontflügel das passt ja wir entwickeln ja gerade auch noch einen motor genau der sind acht tagen fertig sprich kurz vorm rennen motor getriebe frontflügel ja gut ich meine da da hat sich noch nicht viel getan ist auch klar schauen uns erst einmal die nachrichten an diesen ganzen blödsinn kennen wir interview habe ich jetzt keine lust auf interview sieg verliebungen und scouting bericht brauchen wir denke ich auch nicht bei den sponsoren tut sich was oder noch nicht beim nächsten mal ok dieses mal läuft nur also nur in anführungszeichen ein renn prämien sponsor aus denke beim nächsten mal müssen wir uns hier der situation stellen dann müssen wir wieder unsere fahrerrochade machen zumindest übergangsweise in der hofftung hier vielleicht 25 sterne sponsoren zu kriegen und das rennen darauf dann noch mal es geht ja hier um diese langläufer dass wir hier ordentliche verträge bekommen das wäre denke ich schon wichtig geldtechnisch gesehen ich mein moral technisch können wir uns das derzeit erlauben märziger balkasar ist ja sehr positiv beeinflusst tolle ergebnisse in yokohama in peking und ja der bonus von gaston renault plus 10 das macht sich ja auch noch mal bemerkbar also das einmal würde sie denke ich locker verkraften dass wir sie hier so ein bisschen als spielball benutzen und danach muss mal schauen so wenn ich es gerade sehe genau nur noch acht monate vertrag da kam ja auch so der ein oder andere wunsch schaut doch mal bei emi mcloud emi mcloud ok die hat zwar keine schlechten werte aber hat absolut keine sponsorfähigkeit deswegen die schaltet schon mal aus wenn hätten wir noch alexia pernée diesmal ich auch recht gut genau 100 prozent sponsorfähigkeit verfolgerin hasst das führen also an position 1 ist sie nicht gut aber an der 2 kriegt überall plus 2 gut ich meine die hat eigentlich recht gute werte hat auch noch ein kleines bisschen luft ist derzeit arbeitslos wäre vermutlich für ein kleines geld zu haben die konstanz ist nicht so prickelnd ja muss man mal im auge behalten da mache ich mein ständchen hin da mache ich mein ständchen hin definitiv aber ich meine wir hatten doch noch so ein paar kandidaten wo man gesagt hat ja das wäre ganz nett bonnaby weit genau das war mr solide kein potenzial mehr aber solide christiano de oeste der ist nicht konzentriert das ist keine gute idee die eda jones dort hier ist auch nicht konzentriert auch keine gute idee der mr ribero hat eine 67er marktfähigkeit kann man kann man mal überlegen kann man überlegen was hätten wir hier noch meister fischer beziehungsweise es ist ja sie ne frieda fischer er ist zu gering da gewinnen wir nix die 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 sponsoren fähigkeit ist einfach zu wenig die marktfähigkeit harry chapman ja klar 100 prozent mentor team kollegen verbessern sich schneller das ist auch nicht schlecht aber der kostet auch ein kleines geld so geringfügig 1,6 millioner ich glaube das wird schwierig den zu kriegen den werden wir nicht kriegen keine chance keine chance aber ich meine ich hätte noch irgendjemand genau jeremy woodford den hatte ich glaube ich noch auf dem radar stimmt pay driver der bezahlt auch noch der fährt derzeit bei asia pacific echt wow der hat noch 20 monate vertrag heißt da müsste man ein bisschen geld in die hand nehmen um den zu kriegen marktfähigkeit 100 ist natürlich krass okay das moment da sind boni drauf ich sehe es gerade modekarriere da brechen 40 punkte weg okay dann ist was anderes wenn die 40 punkte fehlen ist wieder so ein bisschen schwieriger meister sylvanda gehen auch noch mal zehn punkte weg mensch der hat kein mensch hat hier sponsorfähigkeit was hat die laura auch nicht wirklich geld ne oh mein gott das sandro gruß nö auch nicht wirklich maria gonzalez gut aussehen da das bleibt ja zum glück 29 geile werte vertrag läuft aus dieses jahre würde ich sagen da haben wir unseren kandidat gefunden oder erste maria maria gonzalez genau für gitano fährt die wäre eigentlich ideal wenn man sich das so überlegt ich glaube die werte große wurf naja wir werden mal schauen jetzt hast du mal das fahrzeug wieder herrichten fahrzeug reparatur abgeschlossen sponsoren angebote kommen rein das ist in ordnung so was brauchen wir mal kurz bestandsaufnahme also wir haben gesagt frontflügel getriebemotor frontflügel getriebemotor das getriebe würde ich gerne noch ein kleines bisschen buschen frontflügel frontflügel da geht auch nicht mehr viel geld man kann sie mal vorsichtig mit reinnehmen aber ob so viel bringt mag ich mal zu bezweifeln wir können ein kleines bisschen mal so genau man die richtung gehen ja so machen wir das was ist jetzt wieder das nächste dilemma oder was nee was wir stehen sie zum möglichen aus für dubai ach so diese abstimmung die gma abstimmung das wirst du dann erfahren während der abstimmung lass mich in ruhe so ein blödsinn schauen wir uns lieber die sponsorangebote an was hätten wir hier schönes vier rennen fünf rennen fünf rennen erster platz erster platz erster platz erster platz ja genau bisschen größenwahnsinnig meine herren war ja dann nehme ich den hier mit eine million cash ne ist ja logisch da stecke ich die kohle ein logisch eine million haben oder nicht haben ne so der motor ist fertig okay anstehendes rennen tondela 25 runden niederschlagswahrscheinlichkeit zehn prozent ist in ordnung motor ist fertig okay dann müssen wir jetzt diesen motor noch schnell pushen wo ist er da ist er zack zack alles in zuverlässigkeit investieren gleich mal der erste push ist nicht so groß ist klar aber wir bauen ja sofort einen neuen so was bauen wir was bauen wir höchstgeschwindigkeit plus 40 das ist nicht schlecht mal den so bauen hätten wir natürlich tolles potenzial müsste man dann aber auch erst einmal wieder so weit auf vordermann bringen vor allem die zuverlässigkeit ist völlig beim teufel wenn wir es so machen aber ein bisschen zuverlässigkeit wenn wir es so machen haben ein bisschen mehr leistung und könnten dann gleich den nächsten bauen er ist jetzt echt die frage vor allem hier kommen wir nicht rein das ist natürlich auch ein problem in diese großartigen komponenten für den motor kommen wir nicht rein weil wir die teststrecke nicht gebaut haben ja das ist alles so ich weiß nicht bescheuert einfach bescheuert wir machen was 15 tage nach dem rennen dann werdet ihr eigentlich auch schon fast einsatzbereit ne ja komm wir machen so dann haben wir den zweiten motor auch dabei ok so das haben wir schon eingestellt genau voll auf den motor ja dann machen wir hin jetzt kommt die komische abstimmung noch genau jo wird dubai wird aus dem kalender entfernt da habe ich eigentlich kein bock drauf vorteilhaft für steinmann von dort und windsor racing und der rest ja kommt die brauchen uns nicht die werden dagegen stimmen da enthalte ich mich da spare ich mir wieder eine stimme genau rosini ist dagegen steinmann ist dafür das war klar von dort ist dafür das ist auch klar windsor ist dafür das ist auch klar jetzt sind wahrscheinlich alle dagegen rezzato ist dagegen panther ist dagegen panther ist dagegen gitano ist dagegen belan ist dafür echt und thornton ist dagegen alles klar ist durchgegangen dubai bleibt im kalender ein rennen zusätzlich heißt zusätzlich geld für uns und wir haben uns wieder eine stimme gespart sehr schön scouting achso wir müssen vielleicht mal wieder nach ein paar fahrern suchen die wir scouten können weil die liste ist jetzt dann langsam leer da ist nichts mehr da müssen wir halt die ganzen alten da noch scouten bevor der scout nichts zu tun hat dann tut er dann ein bisschen was ja das nach das sind nur noch so alte fahrer also was heißt alt ü30 halt ne klar ja ich weiß da muss ich gerade reden ü30 ist alt aber für den rennfahrer ist es halt alt ne kann man ja ruhig mal so ehrlich sein ach da ist wieder sponsorfähigkeit leute leute da ja das ist echt ein albtraum mit dieser blöden sponsorfähigkeit ok also neuer motor für den rafael neuer motor für die gk oder was heißt neu den alten motor halt um fünf punkte besser rafael kriegt einen etwas besseren ist jetzt nicht der große wurf aber besser als nächstes getriebe haben ein bisschen verbessert ansonsten ist nicht viel passiert man merkt jetzt natürlich auch dass in der world motorsport halt 16 rennen in der saison gefahren werden was bedeutet die intervalle zwischen den einzelnen rennen sind natürlich kürzer in der folge kann man dann auch weniger die teile pushen oh wir haben beim motor einen sprung gemacht von 9 auf 8 ansonsten der rest ist unverändert nach wie vor ok also ein kleines bisschen haben wir uns verbessert aber wir haben immer noch in summe das schlechteste auto glückwunsch so kann es weitergehen sehr schön ja wir nehmen wieder unseren platz sieben sponsor wählen die reifen aus so ach 6 schade dass man das nicht fest einstellen kann das muss ich jedes mal wieder neu zusammen klicken das ist ein bisschen unschön ein bisschen ungünstig und was haben sie gesagt in der vorbereitung 10 prozent niederschlags wahrscheinlichkeit am rennwochenende also wir gehen davon aus dass es trocken ist hier in portugal zum heimrennen von unserem rafael ja hier portugal da komme ich gerne zurück eine schöne strecke wo wir auch schon den ein oder anderen erfolg feiern durften und ja damit verbinde ich sehr schöne positive erinnerungen ich hoffe ihr auch dann würde ich sagen wir lassen unsere zwei fahrer mal auf die strecke ja sieht nicht so aus aus kalt ist es 16 grad für portugal ne das ist ja schon etwas frisch würde ich sagen wir lassen die herrschaft mal auf die strecke wir passen das setup wir passen das setup noch ein bisschen an noch ein bisschen mehr flügel machen wir 17 27 bisschen kürzer bisschen härter so genau auf gelb und wo haben wir den rafael da ist er 17 27 bisschen kürzer bisschen härter läuft auch auf gelb nicht auf den harten muss bitte nicht und dann raus mit euch raus mit euch auf die strecke bitteschön so okay rafael du gehst raus bitte renntrimm sechs runden und der gastor geht bitte auch raus renntrimm sechs runden warum sechs runden ja weil sie dann mehr sprit dabei haben dann können wir ein bisschen gas geben ist ja logisch hier hat es auch sehr gerne gescheppert meine ich mich zu erinnern auf dieser strecke gerade hier turn 1 kurve 1 da haben wir uns öfter schon den ein oder anderen flügel kaputt gefahren ja ja der elsa dat war da so ein kandidat genauso wie der rogers die haben sich da regelmäßig die karren kaputt gefahren aber gut wir wollen ja nicht mit dreck werfen sowas tut man ja nicht ich meine chica balcasa und meister rodriguez haben das ja auch schon zur genüge fertig gebracht ne auszufallen und blödsinn zu machen es fehlt eigentlich bloß noch dass sie sich gegenseitig ins auto fahren aber das ja hoffen wir natürlich zu verhindern das versuchen wir zu verhindern bestzeit rodriguez jawohl bestzeit rodriguez 1 21 2 und die konkurrenz ist eine sekunde langsamer soe sharp aber gut die fährt den anderen reifen und die fährt auch nicht auf angriff so wie wir also von dem her ist immer ein bisschen unseriös das zu vergleichen das kennen wir ja dieses phänomen deswegen denke ich nicht überbewerten ja unter der letzten folge kam ja auch nochmal ein toller kommentar bezüglich rennen der pintkonon hat da was geschrieben ähm pass bei dem regen ein bisschen besser auf ne mit den zeiten ich gehe da immer so nach gefühl wann wechsle ich auf auf regenreifen und so aber ich sollte da ein bisschen mehr auf die zeiten achten auf die zeitunterschiede ich werde es versuchen also ich habe den kommentar durchaus ernst genommen oder was heißt genommen ich nehme ihn durchaus ernst allerdings kann ich nicht dafür garantieren hier wieder in alte verhaltensmuster zu fallen wenn es soweit ist falls doch dann bitte ich hier schon mal vor habe um verzeihung aber ich versuche natürlich hier das beste ähm ja und ähm ja erstmal das beste daraus zu machen und mich selbst da auch ein bisschen zu verbessern was zur weiteren frage kam ähm ob ich da jetzt ein bisschen mehr drauf achte die reifen nicht immer zu überhitzen ja da achte ich in der tat ein bisschen drauf ähm einfach weil ich hoffe dass die die reifen dann ein bisschen länger leben von der runden zeit habe ich keinen großen unterschied ausmachen können aber von der lebensdauer auf jeden fall wenn es außerhalb der optimalen temperatur ist da habe ich so den eindruck dass dann die die lebensdauer rapide abnimmt so dann wollen wir die herrschaft mal wieder rein holen meister rodriguez ich hoffe du hast ein bisschen was gelernt über die strecke und wir sind ja fast schon ja wir sind stufe 3 rennen und reifen renntrim und reifen super also heißt wir können jetzt uns aufs qualifying konzentrieren plus natürlich auch einen zusätzlichen reifensatz also zum beispiel die medium und das bleibt trocken da tut sich nix da tut sich nix mehr leute ok probieren wir es mal so rum wir stellen auf qualifying um drei runden mit dem medium bitteschön so wo ist gaston da kommt er auch hier werden wir gleich mal umstellen auf qualifying drei runden den medium und dann werden wir auch hier noch ein oh der braucht ein bisschen mehr flügel sogar ich gehe mal ein grad nach oben bisschen länger bisschen härter da sind wir hier schon nah dran glaube ich naja wir werden sehen auf geht's leute raus mit euch jetzt können wir natürlich wieder ein bisschen prügeln zumindest den reifen den sprit lasse ich jetzt mal die jungs sollen ein bisschen fahren die sollen jetzt erfahrung sammeln die sollen jetzt qualifying trim und natürlich auch noch ein bisschen reifen boost freischalten man könnte jetzt natürlich auch versuchen vielleicht irgendwie noch einen intermediate bonus zu kriegen aber wofür halte ich nicht für notwendig ehrlich gesagt zumal wir ja sowieso einen slot benutzen für den krankenpfleger und den anderen dann wahrscheinlich für den renntrim also bringt es denke ich gar nix hier noch großartig reifenboni freizuschalten so da kam jetzt die rückmeldung das getriebe ist zu lang ne wenn ich jetzt aufgepasst habe richtig aufgepasst habe dann war das glaube ich die rückmeldung getriebe zu lang wir müssen also ein bisschen kürzer machen langes getriebe bedeutet für diejenigen die das nicht wissen dass die übersetzung lange ist sprich die endgeschwindigkeit ist höher dafür aber eine geringere beschleunigung heißt im umkehrschluss wenn ich kürzer übersetze habe ich eine bessere beschleunigung aber lande unter umständen auf der gerade zu schnell im drehzahlbegrenzer was bedeutet ich kann nicht die maximum speed fahren was möglich ist speziell ärgere dich dann wenn du versuchst zu überholen selbst mit drs wenn du es hast und du kommst nicht vorbei weil du ständig im drehzahlbegrenzer im limiter drin bist ne das ist dann auch dumm ist alles schon vorgekommen in der realen formel 1 wo die herrschaften einfach zu kurz übersetzt haben ihr getriebe und dann nicht überholen konnten und jede menge zeit verloren haben tja so kann es gehen ist aber ein schmaler grad genau da jammert der grad hier er braucht eine kürzere übersetzung er hat zu wenig beschleunigung einfach ja aber es sieht gut aus auch stufe qualifying stufe 3 ne den bonus den sollten wir denke ich kriegen so jetzt kommen sie rein genau rafael ok wir sind zu hart das heißt wir müssen wieder umbauen wir müssen ein bisschen kürzer werden wir haben uns verschlechtert der abtrieb passt jetzt der abtrieb ist gut ja wir müssen noch ein dick kürzer machen glaube ich so müsste es passen ok qualifying 3 runden genau du bleibst wieder auf dem hier den kannst du noch schön kaputt fahren den letzten auch hier haben wir den flügel gut hingekriegt ja das sieht gut aus doch das müssten wir hinkriegen qualifying 3 runden ich rater das halt einfach mal schnell runter gell das ist alles so so akut unspannend wie immer so schön sagt da geht es wirklich bloß darum die zeit runter zu rattern und halt noch ein bisschen ne boni freizuschalten auch wenn wir sie halt nicht mehr brauchen aber gut ist die frage wann wann sind unsere teile so zuverlässig dass wir den krankenpfleger nicht mehr brauchen ne dass man dann zum beispiel noch einen reifenboni oder einen reifenbonus verwenden kann gut momentan hilft er uns weil wir eben so eine schlecht ausgebaute fabrik haben ne wir haben ja nur diese fabrik erste ausbaustufe beziehungsweise na stimmt nicht zweite ausbaustufe genau wir haben vier slots 20 man aber das ist ja natürlich ein witz ne im vergleich zu den anderen teams hier in der world motorsport championship also wir müssten eigentlich der fabrik auch mal ein bisschen pushen naja jetzt ist alles gut schreibt er jetzt passt die kiste mit der beschleunigung gut training ist vorbei wir haben die boni soweit am start dass sich jeder gerne noch mal bei unserem hauptquartier vielleicht so ein bisschen ja teststrecke gebaut sprich dass wir zumindest beim motor nochmal die möglichkeit haben hier ein bisschen zu pushen beim motor und getriebe ist denke ich mit das wichtigste hier in der world motorsport championship und deswegen da sollten wir zumindest einmal die großartigen komponenten bekommen so training war super aber mein trainingsweltmeister das nützt einem halt gar nichts gell das haben wir auch schon gelernt trainingsweltmeister ist lustig aber bringen tut es halt überhaupt nichts und es bleibt trocken bei 16 grad konstant qualifying trim reifen und was haben wir hier ebenfalls reifen und qualifying trim Fahrzeugkonfig ui da müssen wir noch ein bisschen was machen ja ein bisschen ja da brauchen wir es hier glaube ich noch na so genau das machen wir so also ich glaube bei 97 dadurch können wir vielleicht sogar auf 99 kommen jetzt passt und was ist beim raufweilen was hätten wir hier 98 98 ein kleines bisschen fehlt da ne machen wir es so versuchen wir es mal so vielleicht geht da was ok auch auf gelb wir schicken sie beide raus auf geht's viel spaß wir geben ihnen auch zwei schuss ne also zwei versuche sollen sie machen auf geht's meister rodriguez so dich lasse ich auto fahren und die chica balkasa schicken wir auch gleich raus die managen wir selbst von der temperatur her und beim zweiten turn machen wir es andersrum ok also reifen auf temperatur bringer bitte junge dame wenn es geht ne die hat ja in letzter zeit immer so ein bisschen Schwierigkeiten die Reifen aufzuwärmen auch dieses mal tut sie sich echt her wobei ich noch nicht rausgefunden habe ob das irgendwie mit mit den skills zusammenhängt oder ob das Zufall ist wie die die Reifen erwärmen rafael hat zumindest mal die perfekte Reifentemperatur das ist schon mal wichtig ok rafael geht auf die fliegende runde und ja wir haben es fast perfekt gemacht nur fast aber na gut ein bisschen hat gefehlt ein bisschen hat gefehlt bei der bremsentemperatur jetzt bin ich gespannt gut wir werden wahrscheinlich die erste bestzeit fahren genau natürlich wir fahren die erste bestzeit weil der rafael einfach als erster draußen war aber das kennen wir das heißt nichts genau ja da hat soe sharp gerade die zeit über boden beziehungsweise unter boden unter boden ist das richtige wort in diesem zusammenhang weil über boden wäre ja oder würde bedeuten dass er langsamer ist ok rodriguez erste bestzeit 1.19.7 sapalotte deutlich schneller als im training aber titelwechsel ist gleich mal eine sekunde schneller oh gott nina holz 1.4 sekunden und die balkasar und die balkasar also deutlich langsamer sapalotte wir sind 1.7 sekunden langsamer und das bei einer rundenzeit von 1.18 das ist eine welt das ist eine welt das wird wieder so ein hanebüchernes ergebnis wie in china wie in peking ich sehe schon wir starten wieder aus der letzten reihe wenn das so weiter geht oh 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 und das mit unserem neuen motor ist das bitter ist das bitter ja komm jetzt fahr da mal zurück bitte jetzt verpassen wir ja nichts gell aber das ist schon hart das ist ein hartes brot oh mein gott ja wir sind wieder chica balkasar auf der 20 oh mein gott chica balkasar auf der 20 beeindruckend genau absolut beeindruckend ja das ist frustrierend um ehrlich zu sein aber 1.18 heißt wir können uns ein bisschen zeit lassen wir können uns noch ein bisschen zeit lassen wir müssen nicht jetzt schon raus fahren mal schauen was die konkurrenz macht ein paar sind auf der outlab aber die meisten stehen noch in der box je länger wir warten desto besser die bodenhaftung desto mehr grip auf der strecke und wenn es nicht regnet was es nicht tut wird dieser grip auch nicht abgewaschen vom regen also von dem her noch ist alles gut oh libero verbessert sich nochmal degra verbessert sich da purzeln die zeiten das kommt uns natürlich nicht entgegen weil das heißt es wird immer noch schwieriger für uns in die gute zeit zu fahren so jetzt fahren hier nochmal ein paar raus ein paar gute autos wechsler und lipo nennen sie nochmal draußen el sadat ist nochmal draußen so jetzt geht's chica auf geht's neuer reifensatz raus mit dir und diesmal wirst du gemanagt diesmal machen es nicht wir gleiche voraussetzungen für beide fahrer bitteschön zumindest was das management angeht klar der rafael hat ein kleines bisschen besseres auto das muss man natürlich zugestehen aber das ist denke ich nur marginal so groß ist der unterschied nicht jetzt sind sie fast alle draußen jetzt sind sie fast alle draußen ja nur ganz wenige sind noch in der box nina holz und zoe sharp sind zeitgleich sehe ich das richtig platz eins und platz zwei sind zeitgleich das heißt zoe sharp ist zuerst die bessere rundenzeit gefahren ne im falle von zeitgleichheit gewinnt diejenige der die zeit zuerst gefahren hat und chica balkasa geht auf ihre letzte fliegende runde so komm 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 perfekt und gut na das ist doch schon mal was immerhin perfekt und gut da kann man sich doch mal verbessern so was macht chica balkasa sektor 1 schlechter keine verbesserung bei chica balkasa im ersten sektor das ist bitter da wird sie sich nicht verbessern können denke ich was macht der rafael die nächste frage ne sektor zwischenzeit eins müsste jetzt kommen hat sich verbessert grüne sektorzeit bei chica balkasa der zweite sektor ebenfalls nicht gut also die chica die wird auf dem letzten platz bleiben und was macht der rafael oh nochmal persönliche bestzeit im zweiten sektor witzig ne die chica hat im letzten sektor sich noch verbessert aber trotzdem hat es nicht gereicht was macht der rafael was macht der rafael was ist drin was für ne zeit platz 17 es wird nicht besser hinten raus hat er nochmal zeit verloren 17 und 20 mein gott und zoe scharp ja auf der pole vor nina holz dita wechsler surikov liponen el sadat die ersten sechs oh man 17 und 20 das ist ja jo das ist bitter aber es war zu erwarten es war einfach zu erwarten die zeit der guten erfolge ne speziell im rennen die wird jetzt vermutlich dann auch bald vorbei sein ich male schon wieder schwarz ich weiß aber wenn es nicht regnet wird es halt schwierig und es sieht nicht nach regen aus liebe leute es sieht nicht nach regen aus rindrem krankenpfleger denke ich eine bewährte kombination die sollten wir aktuell beibehalten die konfig jawoll haben wir super hingekriegt 10 runden treibstoff ist das das maximum ich schau grad jawoll ist das maximum dann würde ich sagen wir stellen alles wie gewohnt ein ja und sehen uns hoffentlich beim rennen wieder hier beim heimrennen vom rafael rodriguez beim grand prix nummer vier in portugal ich bin gespannt ich hoffe ihr seid auch wieder mit dabei ja und würde mich freuen wenn wir uns dann wiedersehen wenn ich euch begrüßen könnte zum rennen bis dahin eine gute zeit macht es gut und servus